Hallo Leute, hier ist der Gusor wieder. Ja, wir haben heute mal eine andere Folge, eine etwas andere Folge. Also hier seht ihr schon mal, ja, pokalmäßig geht es bei mir, läuft ganz gut. Ich mache jetzt gerade nochmal einen Angriff und dann bleibe ich einfach online. Und zwar können wir, ich meine hier so zack zack rein, die Queen wird dann eventuell anders gehen, aber ich, ach komm, wir probieren es mal. Wir probieren es mal. Mit einem Highland bin ich mittlerweile auch so ein bisschen, nicht so spendabel mehr wie zuvor, dass ich das einfach ein bisschen zurückhalte. Mal gucken, was ich hier... Na, schade war eine Trap, aber okay, nicht wer da will. Zack, drin sind wir. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier das Restliche noch so ein bisschen ausschalten. Oh, King sollte mal gezündet werden. Wäre eine coole Nummer. Und dann halt eben wieder mit der Queen rein. Und dann sollte das ganz locker laufen. Ja, die Sklette, das sollte nicht wirklich stören. Oh, gibt schon ganz schön was auf den Zahn, aber das passt noch. Das ist noch in Ordnung. Wie gesagt, aber in Verbindung mit einer Tesla echt eine richtig kranke Hütte. Ja, das ist Mist. Vom Layout ist es echt clever gemacht, aber ich renne da immer wieder in diese Falle rein, sag ich mal. Dass die Mauerbrecher halt wirklich dann nicht auf diesen Teil hier gehen, sondern halt wirklich an der Seite. Und das suckt natürlich mega, aber ich denke mal, ich sollte da trotzdem halbwegs rankommen. Das sollte nicht so das Problem sein. Ah, schade, die ist nicht noch kaputt gegangen. Das hätte ich gerne gehabt. Ich gucke mal, ja, man muss die Queen halt wirklich im Auge behalten. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier jetzt langsam mal reinkommen, weil sonst wäre das ein bisschen Fail. Wenn wir da nämlich nicht reinkommen würden. Mal gucken. Weil das ist ja mein Hauptaugenmerk. Da will ich ja jetzt momentan so ein bisschen hin. Ansonsten ist es natürlich cool, wenn man Two-Star gleich mitnimmt, sag ich mal. Öfter nicht so wirklich machbar. Für mich, ah, schade, warum geht's so raus? Aber egal. Für mich aber immer noch eine super Sache, einfach nochmal weiter umzutrainieren mit dem Queenwalk, dass es einfach noch besser läuft. Wie gesagt, das hier hätte jetzt auch noch besser sein müssen. Ich muss mir das einfach wirklich so ein bisschen im Kopf abspeichern und sagen, gut, okay, passt auf. Das sind das Base-Layout. Da wird's halt ein bisschen tricky. Hier jetzt gedroppt, weil ich denke, der geht auf die Riesen, beziehungsweise dass die drinnen stehen. Okay, war auch nicht schlecht. Aber Hauptsache, die bleiben halbwegs ein bisschen drinnen. Das wäre natürlich ziemlich nice. Und spielt mir natürlich momentan nicht in den Karten. Ich hau hier mal eine Rage drauf, weil mir sonst die Zeit wegrennt. Sonst habe ich da echt ein Problem, weil ich meine, ich bin erst bei 44%. Und da muss natürlich jetzt hier noch was gehen. 46. Luftfeger sollte relativ schnell gehen. Zack, zack, zack. Rambazamba. Passt. 47. Na, nun mach Lack. Ja, geil. Und jetzt wäre... Ne, schaffe ich leider nicht mehr. Wäre natürlich echt eine coole Nummer gewesen. Ich höre hier auch auf. Ich habe die 50. Wäre jetzt eine coole Nummer gewesen, halt noch einen Toos da reinzuballern. Aber da ich jetzt momentan online bleibe, ist mir das egal. Aber ich habe das wirklich gemerkt. Ich glaube, das müsste jetzt auch meinen Poké heilen. Ne, einen hatte ich noch mehr. Ich habe das halt wirklich gemerkt. Sonst Boosten, klar, beim Farm ist Boosten geil. Da kannst du richtig was reißen. Aber hier ist es irgendwo richtig notwendig, finde ich. Also wirklich, wenn ich halt am Boosten bin, werde ich nicht nochmal angegriffen. So. Werde ich halt nicht nochmal angegriffen, kriege halt eben keine Pokés Abzug. Und dann war es das. Jetzt werdet euch sagen, hä, was ist denn das für eine Base? Hä, WTF? Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für den ein oder anderen Death Win reicht es auch noch. Gucken wir mal gerade rein. Hier, ich meine, okay, der war jetzt nur nicht wirklich toll. Aber Fakt ist, am Ende zählt das Ergebnis, war hier auch wieder, da auch wieder. Also, wo du dann bei manchen sagst, äh, okay, der Kleine konnte mich total killen. Und dann sagst du wieder bei anderen, wo du denkst, äh, was, die hatten richtig fette Troops. Und die haben es nicht gerissen. Hier zum Beispiel natürlich auch richtig geiler Scheiß. Fand ich richtig cool. Da freut man sich natürlich schon irgendwo. Ich hau hier jetzt mal einen Boost rein. Nee, ich lass den Boost doch, weil ich hab nicht mehr die zwei Stunden. Und ich probier mir da ein paar Gems aufzuheben, weil, wenn ich jetzt eventuell wirklich in Richtung, äh, danke. In Richtung Champ gehe, dann krieg ich ja halt die, äh, 2k Gems. Und dann wäre das schon ziemlich geil. Dann würde ich mir wirklich die fünfte Bauhütte holen. Hier nochmal kurz. Da seht ihr es nochmal kurz. Dankeschön. Also, wie gesagt, es wurde nämlich geschrieben, ah, hier, du bedankst dich ja gar nicht. Das wäre wirklich eine doofe Nummer. Also, wenn das jemand gesehen hat, ähm, ist das wirklich aus Versehen gewesen, dass ich das einfach, äh, nicht reingeschrieben habe oder sowas. Aber das gehört sich schon irgendwo. Klar, äh, schreibt derjenige dann auch wieder, äh, kein Ding und sowas. Klar, aber das stimmt schon. Das ist irgendwo dieses nette Miteinander. Das sollte schon sein. So, jetzt kommen wir aber zu anderen Sachen. Und zwar, währenddem da schön da meine Truppen ausbilden und wie auch immer. Es geht um ein paar Fragen, die er mir gestellt hat. Und ich will jetzt auch mal so ein bisschen Frage-Antwort-Spiel machen. Ähm, und zwar, äh, Daniel Bliem, der sagt mir natürlich auch noch was, ganz klare Sache. Ähm, dem habe ich zurückschreiben können. Der war auf meinem Zweitkanal, Real Fry Style. Da hatte ich ein Projekt angefangen und es ging darum einfach, wie ich aus 5 Euro mal hoffentlich einen relativ großen Betrag, in einem Jahr mache. Indem ich Sachen günstig kaufe und dann wieder gewinnbringend verkaufe. Ja, habe ich leider nicht weiter geschafft bis jetzt. Echt doof, weil das liegt mir echt am Herzen. Das mag ich gern sowas. Aber ja, schaffe ich leider nicht. So, dann gucken wir mal weiter. Hier, directly in the face from the Gegner. Das kam natürlich ordentlich oft vor. Das hatte ich ja in einem, äh, in einem Video geschrieben. So, dann hatten wir, ja, das kann ich auch ganz offen und ehrlich sagen. Dann haben sich die Leute von Cash4Apps bei mir gemeldet, von wegen, ja, naja, die hätten Interesse daran. Das ist ja sowas wie AppBounty. Und ich dachte mir auch, oh, hm, ja, okay, können wir uns mal geben. Gucken wir mal. Ich habe mir das mal geladen. Und ganz ehrlich, weil, weil ich war jetzt so ein bisschen von AppBounty enttäuscht, weil man hat sich die Credits rausgehauen. Also, wenn ihr AppBounty mal ausprobieren wollt, gerne unten drunter ist ein Link im Video. Könnt ihr machen, kriegt ihr gleich zusätzlich, ich glaube, 50 Credits. Ich kriege, glaube ich, 250 für eure Anmeldung. Also, wenn ihr mir was Gutes tun wollt, dürft ihr das gerne machen. Da könnt ihr euch halt eben die Apps runterladen, kriegt dafür eine Anzahl an Credits gutgeschrieben. Und dann habt ihr halt eben den Vorteil, dass ihr dafür dann iTunes-Gutscheine oder Amazon zum Beispiel nehmen könnt. Und so, Cash4Apps gibt es auch. Aber ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich mal sagen, habe mir das runtergeladen, habe das mit drei Apps probiert, habe mir die runtergeladen, habe die installiert und es ist nichts passiert. Und ganz ehrlich, wenn es bei mir nicht richtig funktioniert, dann gebe ich das nicht an euch weiter und sage, hey, guckt mal hier, oh, coole App, coole App. Nur, dass ihr euch die jetzt, sage ich jetzt mal, ladet und ich dafür meine Credits bekomme. Wenn ich dann sehe, dass das alles nicht richtig läuft, ist das für den Hintern, würde ich sagen. Von daher, wie gesagt, App bauen die, wenn ihr das machen wollt, unten in der Videobeschreibung. So, dann kommt vom Proclasher, es macht, gut geschrieben, richtig gut geschrieben. Und zwar, es macht dir, so solle Spaß zuzuschauen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ihm sehr viel Spaß macht, mir zuzuschauen. Mir macht es natürlich auch Spaß, euch zu entertainen, ganz klare Geschichte. Das ist natürlich mega geil, ansonsten bräuchte man sowas auch nicht machen. Klar, weiter geht's. Achso, ob ich nochmal in den Fail-Attacks reinschaue? Nee, fehlt mir echt die Zeit, leider, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Spagos 3001 schreibt, Wenn oder schreibt, Guzua, du bist ja, bist du weiter so. Vielen, vielen Dank. Wieso machst du nicht erst alle auf eine geile Frage? Adrian Beonhardt schreibt, Wieso machst du nicht erst alle Mauern auf 9 und die in der Mitte 10er? Die Frage hatte ich ja schon immer gesagt. Hier, ihr guckt euch das nochmal bitte an. 10er, 8er. Und hier haben wir auch 9er. Folgende Sache, die 9er-Mauern sacken einfach mega. Also, ich finde, sie sehen scheiße aus. Ist meine Meinung. Ich weiß, Lichtlis sieht das total an, dass der sagt, die 10er sind scheiße. Nein, ich liebe die 10er-Mauern. Fertig, aus. Das ist halt einfach wirklich so eine Sache, dass der Unterschied echt enorm ist. Besonders, wenn ihr von Riesen angegriffen werdet, echt enorm. So, jetzt kommen wir aber zu diesem super geilen Vorteil. Hätte ich meine gesamten Mauern, man kann sich das ja gerne durchrechnen, hätte ich die jetzt auf 9 schon alle gemacht. Hätte ja vom LX her ausgereicht, weil da brauchen wir jetzt nicht wirklich viel rechnen, Layout anpassen, alles löschen. So, ich habe über 100 Mauern in 10. Das heißt, ich habe 315 Millionen habe ich an Mauern investiert, um eine 9er, also eine 9er auf 10 zu upgraden. Somit hätte ich locker schon ohne Probleme die gesamten Mauern auf 9, wenn ich die nicht auf 10 gehabt hätte. Somit wäre das Gold da gewesen und das LX. So, jetzt sitze ich aber da und bin gerade so ein bisschen am Hochgehen, Pokimäßig. So, was kann ich da alles gar nicht gebrauchen? Viel ratebares Material in den Lagern. Deswegen sage ich mir, gut, okay, sobald ich jetzt die Millionen geknackt habe, ob es hier ist oder hier ist, haue ich mir einfach eine 9er Mauer rein und schön war es das. Also das ist gar kein Thema und das macht auch für mich am meisten Sinn, sage ich mal, dass man wirklich sagen kann, gut, okay, komm, hier geht. Jetzt hauen wir hier nochmal rein. Ich muss jetzt vorsichtig sein, ganz klare Geschichte, weil ich halt nicht viel Mauerbrecher habe und da muss ich halt wirklich einen suchen, der halbwegs easy ist. Ich skipp euch das mal zurecht und dann sehen wir uns gleich wieder. Ah, ich glaube, den nehme ich in Anführungsstrichen einfacher wird es nicht, denke ich, weil mir halt in dem Bereich auch nicht mehr so viel geschenkt wird, klar. Jetzt gucken wir mal hier, dass wir hier ein bisschen seitlich noch clearen können und hier eventuell auch. Da hält die Queen natürlich gut aus, wenn sie mit den Heilern da geheilt wird, dann passt das schon so. Jetzt müssen wir hier nur da rein, genau, und dann sollte das ganz nice laufen. Klar, das Dunkle wäre jetzt noch eine ziemlich geile Nummer, aber ich kriege, glaube ich, 700 Bonus, also das passt im dunklen Bereich. Ich habe noch ein paar Heiler rein, aber das sollte reichen. Also viel mehr will ich nicht wasten. Wiederum sollte man natürlich auch nicht so wenig nehmen, dass man dann einfach so umsonst sozusagen Rage rausballern muss. Das ist auch ganz wichtig. So, jetzt sollte... Ne, ich hätte gedacht, die geht jetzt noch aufs Dunkle gerade. Geht sie dann aber auf jeden Fall später noch, wenn sie jetzt zurücklaufen sollte. Mal gucken, man muss das im Auge behalten, dass die nicht jetzt gleich auf den Minenwerfer... Ja, genau, die geht auf den Minenwerfer. Da muss ich mal schauen, dass die mir jetzt wirklich auch da drinnen bleibt. Da müssen wir jetzt kurz gucken. Ja, einwandfrei. Aber man muss da wirklich aufpassen. Also, wenn halt wirklich dann was in der Nähe ist, das könnte sogar ein Tuster werden. Wenn da wirklich dann was in der Nähe ist, wo man dann denkt, gut, okay, komm, Queen, warum rennst du jetzt da und da hin? Ist nicht so lustig. Soll ich ihm noch ein Rage reinballern? Ne, das lohnt nicht. So, das ist in Ordnung. Und jetzt halt wäre es cool, wenn sie draußen weiter rumlaufen würde. Deswegen droppe ich jetzt hier keine Mauerbrecher weiter. Ah, ärgerlich. Dann muss ich es wohl. Gucken wir mal. Okay, du gegen den Dings. Ja, war ich nicht überlegt. Egal. Während der Aufnahme, ihr kennt es ja, da läuft halt vieles nicht so, wie man es möchte. Wie man sich das vorher... Ja gut, dass die gleich auf die Tesla geht, dass die halt schon ein bisschen was weg kann. Weil hier, ihr seht die beiden Kanonen, dann die Tesla und das wird schon gefährlich. So, jetzt ist die Frage. Ah, ich meine, wenn ich jetzt... Hm. Man muss durchrechnen. Lohnt sich das jetzt? Weil ich meine, ich kriege jetzt dann effektiv irgendwie vier Pokis. Wenn ich zwei Sterne hätte, kriege ich acht. Ja, mal gucken. Also wenn jetzt der King noch kommt, dann... Ha, schade. Der ist mir natürlich jetzt ein Dorn im Auge, weil es halt wieder Zeit kostet. Werde ich nicht schaffen. Weil der mir halt keine Prozente gibt. Habt ihr jetzt gerade selber gesehen. Ich hab den King kaputt gemacht. Und gab halt keine Prozente dafür. Hätte halt nur für den Altar. Den hab ich ja dann danach. Ah, ärgerlich. Knappe Kiste. Hm, knappe Kiste. Schade. Ärgere ich mich ein bisschen. Ist nun mal nicht anders. So ist das Leben. Mit einem Bonus passt. Aber wie gesagt, halt nur in Verbindung wirklich, wenn man sagt, gut, okay, hier, ich booste jetzt. Beziehungsweise bleibt mindestens für zwei Angriffe online. Ansonsten ist das eine doofe Nummer. Dann rennt man hin und her. Runter, hoch, runter, hoch. Das macht dann nicht wirklich viel Sinn. So, das war's dazu. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, jetzt schneide ich das Video zusammen. Dann seht ihr das. Und dann ist alles schick. Bis dann. Ciao, ciao.